Saus Leute, heute habe ich euch wieder drei Szenen rausgesucht mit sehr gutem PvP und netter VoIP-Interaktion. Und ja, ein bisschen Gebete, aber ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will euch das ja nicht spoilern. Hat auf jeden Fall hohen Unterhaltungswert. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens mal zu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Link unten im ersten Comment oder in der Beschreibung. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Boah, da rennt er. Jetzt seine Pistole sprintet er da entlang. Er will rüber, garantiert. Wie viel FPS? Nee, weiß man nicht, Eric. Gar keine Infos. NASA-PC? Bisschen. Oh shit, ich bin ganz hier drüben. Klar, der ist schon lang drüben. PC aus... Ja, was? Also. Und meine Specs stehen unten, Leute. 5800 X3D, guter RAM und 3080. Shit, das hat jetzt zu lange gedauert. Shit, das hat jetzt zu lange gedauert. Weißer. 2. Was? What? What? Oh. Das war doch nicht er, oder? Der ist doch noch hier. Das war weiter rechts, ich weiß, aber die sind zu dritt, glaube ich. Dass das von weiter rechts kam, weiß ich, aber ich glaube, der ist noch hier, oder? Habe ich ihn jetzt verloren? Ich glaube, ich habe ihn aus den Augen verloren. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt eh auf eine andere Pose, weil von da können wir jetzt nicht mehr pieken. Ist ja was kann ich was. Doch, da ist er noch. Ich sage es noch, das sind drei. Und da ist noch irgendwo einer. Das sage ich doch, das sind drei. Er ist nicht nach rechts weg. Das wären zwei Shooter-Bone in Heaven Shots gewesen schon. Ich glaube, vom Haus hat einer geschossen, aber ein Bild für die M700 stehe ich heute noch ins Discord, wenn ich dran denke. Genauso wie für die Vector. Lighthouse ist easy. Ja, Lighthouse ist hier hinten schön, da kannst du schön Variabel spielen. Reserve ist halt Kuppel oder nichts. Ich sehe von hier gar nichts. Ich kann hier auch nicht so offen sitzen, weil... Kurzer Luki-Luki da hinten. Luki-Luki hier drüben. 100 Pro ist der in der Hütte. 100 Pro ist der in der Hütte. Oder hier. Der Shot kam aus Richtung Hütte. Customs, ja. Customs, keine Ahnung, geht. Mit 125 Meter ist es deutlich schwieriger geworden. Oh, da ist jemand. Oder? Michi, danke für die 500 Bits. Ich bin ein Fels, es tut mir leid. Danke für den Support. Aber erschrecken kann man mich nicht. Dann schauen wir da mal rüber, ne? Und schaut's okay. Ich verlasse mich irgendwie drauf, dass es nur noch einer ist. Es könnten natürlich auch noch drei sein, ne? Also aufpassen. Ich Prof. Ich meine, drüber kann eigentlich noch keiner sein, außer Scavs. 100 pro ist der hier in dem Haus drin. Guckt noch da oben hin. Das ist der Granatwerfer jetzt. Da ist er, da ist er, ich sag's doch! Oh, hin und wieder bin ich echt eklig. Ei, ei, ei. Hin und wieder bin ich echt eklig. Richtig eklehaft, ja. Ey, shit. Wie, hockt jetzt noch einer? Kann ich, wer ist insbesondere Gruppen, wenn da zwei, drei Leute tot sind, ne? Die, die bewegen sich nicht mehr. Noch einer. Alter, da ist noch einer. Ich nehm das mal lieber an mich. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für euch. Ich weiß nicht, ob das ist. Klar. Ja. Protect and curse. Oh. Er war attacked and cursed, ja. Ich weiß nicht, ob das ist. Oh mein Gott. Level 75 krank. Hätte er nicht direkt geschossen, hätte ich ihn adoptiert. Level 75. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Level 75 krank. Alright, show me your hands. No weapon. Alright. Wait a second. Wait a second. I'm burning up my grizzly here. I'm burning up my grizzly here. Still healing. Yeah, yeah. I nearly got you. I know. I need two more scave kills. You need two more scave kills. Alright. Yeah. For the first mission. We can do this. We can do this. I got them no problem. You're the dangerous one. No, no, no. You come to me. I lead you. You get some loot. Got some guys dead here. I've got my pistol. I took off my melee. That's alright. Pistol is fine. Don't need to look down. Look at me. No shenanigans, alright? Yeah. You got it. So. Alright, let me get the dog tag. Go for it. How do you get the dog tag? Yeah. How do you get the dog tag? Go for it. How to get the dog tag? Everybody you kill has a dog tag. In like the right side of the pockets. Oh, okay. You're new to Tarkov? Yeah, well, I played like two years ago. Alright. And then stopped forever, so. A lot of it changed already. Since then. Yeah, I can tell. So, two scaves. There's another one. There's maybe one player around, so. Ok. I hear scares. Yeah. Take out your gun. Yeah. You go first. He's sitting there, sitting there. Get him! Oh, this thing sucks. Oh, it's a. 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 Nice. Alright, one more. I'm using the PP91, I think it is. Yeah, it's a Keter or something. It's actually alright for Skiffs. Yeah, I know. Wait, we can loot this guy. I killed him. Why so freundlich? Wieso nicht? Hin und wieder mal jemanden adoptieren. Auf Factory mach ich gern. Auf Factory geht es gut, weil ich da die Lage so kontrollieren kann, ne? Auf anderen Maps ist es schwierig. Auf Customs wird's auch gehen. Alright, one more Scav, let's go. And we get the safe upper, alright? Alright. Can we get the what? That's a safe. I hear Scav. I got the safe. I hear one running. Können wir ihm was schenken? Factory Key. Ah, geht nicht. Ah, geht nicht. Ich kann ihn ja nicht droppen, ne? Es geht nicht. Scav outside. Go get him. Nice. 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 I wanted to drop your Factory Key, but I can't drop it, sadly. Kappa droppen geht schon lange nicht mehr. Oh, that's cool. I appreciate it. Oh, this dude's got some stand eggs on him. Nice. You should take the ADAR. And the vest. Asimuth. Put it in your backpack. Backpack. Backpack's pretty full. I've got contacts and... I can rearrange them. a bit of a guide. A bit of a guide, right? A bit of a guide, right? He's so often by blut, right? Alright. Checking for the key and then we leave. 306 key spawns here. See? This thing shreds. See? He's got a mustache. Is that worth anything? Yeah. You can sell it for 16k to Thera... No, to Rackman. Take it. Also, you look slick as fuck. Alright. Time to leave. Alright. Where did you say that? Is that broom key spawns? Down here? Yeah. It's down here. 306 west wing. It's here. The old blocker there. Oh, okay. Always check that. No player scavs. Alright. Yeah, yeah. That's normal. Okay. Alright, dude. Have a good one. Was a pleasure. Appreciate you, homie. Yeah. Yeah. My mother's German, so this makes sense. Yeah? I'm super friendly in-game, by the way. So, war doch eine schöne Runde, oder? War doch eine schöne Runde. Drei Kills zählen wir trotzdem, weil drei bis vier, ob ich ihn jetzt gekillt hätte oder nicht, ne? War doch eine schöne Runde. Wögel! 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 Schlemmen, Schlemmen! Ich kann mich jetzt nicht mit dem anfreunden. Schlemmen, 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 Schlemmen! All right, no gun. Yeah, you can pass if you come out with your melee weapon. All right, I'm coming out. Are you on third? Fuckers. Fuck you. Fuck you. I've been counting days to get away, to see you again, see you again. I've been fighting ways to get away, to see you again, see you again.